Das ist der Wolf im Schafspelz. Nein, also sie ist unheimlich intelligent und die weiß ganz genau, wann es darauf ankommt. Aber sie weiß auch, was sie sich bei mir rausnehmen darf. Also bei anderen läuft es nicht einfach aus der Box, bei mir schon. Und sie hasst Pfützen. Ja, es ging. Zu Hause macht sie oft einen Riesenbogen drum. Egal wie klein die Pfütze ist. Je entspannter der Lehrer ist, desto weiter hängt die Unterlippe nach unten. Ja, es ging. Oh, oh oh oh, yeah, yeah. Ja, ja. Ja, ja.